Wenn dir ein Kunde am Telefon sagt, ich mache nichts am Telefon, dann antworte einfach, da haben Sie recht, das mache alles ich für Sie. Die meisten Verkäuferinnen und Verkäufer mögen sie schlicht und ergreifend nicht. Die Rede ist von Einwänden. Doch sind Einwände wirklich so schlecht wie Ihr Ruf? Diese und weitere Fragen gehen wir in diesem Podcast auf den Grund. Außerdem verrate ich dir am Ende dieser Sendung noch meine ein bis zwei Lieblingsantworten auf die gängigsten Einwände. In diesem Sinne herzlich willkommen zum Secrets of Sale Podcast Nummer 3. Mein Name ist Uwe Bote und ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß und gute Unterhaltung. Eine der ersten Schulungen, die ich zum Thema Einwandbehandlung bekam, die liegt mittlerweile über 30 Jahre zurück und während meiner Ausbildung zum Musikalienfachhändler machte ich meine ersten beruflichen Erfahrungen mit den klassischen Einwänden, wie es sie bis heute gibt. Nach wie vor sagen Kunden ja die gleichen Dinge, wie es ist mir zu teuer, ich habe keine Zeit oder ich habe noch Zeit, habe kein Interesse, muss mein Mann, meine Frau, meinen Hamster, meinen Hund fragen, muss es mir überlegen, muss eine Nacht drüber schlafen und viele weitere. Und Einwände, die gibt es ja nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten Bereich. Es ist also immer von Vorteil, wenn man sich mit dem Thema ausgiebig beschäftigt. Denn hier entscheidet sich, ob man sein Produkt, seine Dienstleistung oder auch im privaten Bereich einfach mal seine Meinung oder seine Idee durchsetzen kann. Leider ist es aber so, dass die meisten Menschen sich entweder gar nicht oder nur lapidar mit den Meinungen anderer Menschen und nichts anderes sind Einwände ja beschäftigen. Dadurch entsteht in der zwischenmenschlichen Kommunikation entweder Streit oder ein Missverständnis. Und das ist nicht unbedingt ja immer nötig. Geht man zudem nicht auf das, was einem eine andere Person gesagt hat, ein, dann fühlt sich die Person natürlich auch nicht wertgeschätzt. Das Resultat ist dann, man verliert seinen Gesprächspartner und verspielt wertvolles Vertrauen. Im schlimmsten Fall sagt die andere Person dann, du hörst mir ja sowieso nie zu. Auf Einwände einzugehen, das ist also keine Option, sondern elementar wichtig für alle, die harmonische Gespräche haben wollen. Das Problem dabei ist, viele Verkäuferinnen und Verkäufer, die hören sich am liebsten selbst sprechen. Sie gehen ungern auf das, was Kunden sagen, ein. Die ziehen einfach da ihren eigenen Stiefel durch, anstatt sich mit diesem so wichtigen Thema ein für alle Mal so zu befassen, dass es zukünftig ein Gespräch bereichert und nicht beendet. Wenn ich als Verkäufer viele Kundengespräche führe und weiß, was Kunden an Einwänden bringen, dann wäre es doch unklug, wenn ich mich mit dem Thema nicht auseinandersetze. Außerdem werten die meisten unter uns Einwände als persönlichen Angriff. Doch warum ist das eigentlich so? Und diese Frage, die habe ich in den letzten Jahren für mich sehr klar beantwortet, zumindest was das Berufliche angeht. Die meisten Methoden, die sind einfach viel zu kompliziert. Beschäftigt man sich mit dem Thema Einwandbehandlung, dann wird einem schnell klar, dass es eine Fülle an Techniken und Methoden gibt. Zudem begehen viele Verkäuferinnen und Verkäufer und leider auch manche Verkaufstrainer und Verkaufstrainerinnen den Fehler, indem sie Worte des Widerstands mit in ihre Einwandbehandlung einbauen. Und die haben da auf gar keinen Fall was zu suchen. Das sind so Worte wie Ja, aber oder Wieso, Weshalb, Warum oder Müssen. Das sind alles Worte, die Widerstand erzeugen. Das ist quasi wie Öl ins Feuer gießen. Deswegen in der Einwandbehandlung solltest du die weglassen. Das Wort aber zum Beispiel oder auch noch in Kombination Ja, aber soll immer das zuvorgesagte ersetzen. Antworte ich zum Beispiel auf einen Kundeneinwand wie, das ist mir zu teuer mit Ja, aber dann wartet ja mein Gesprächspartner nur noch darauf, was ich jetzt gerade zu sagen habe. Er hat dann das Gefühl, dass ich seine Meinung ersetzen möchte. Daraus entsteht dann sowohl privat als auch beruflich eine sogenannte Prestigediskussion. Jeder nimmt so seine Haltung ein, stehen sich gegenüber die beiden Gesprächspartner. Jeder möchte nur Recht bekommen, seine Meinung durchsetzen und im Privaten ist es oft der Geburtsort von Streit und im Beruflichen ist es meistens das Ende des Verkaufsgesprächs, weil sich der Kunde ja nicht wertgeschätzt fühlt. Setze das Wort aber daher nur ganz gezielt und wohl überlegt ein, aber, da will ich es ja sagen, auf gar keinen Fall bei deiner Einwandbehandlung. Die Worte Wieso, Weshalb, Warum, die solltest du so weit es geht aus deinem Vokabular verbannen. Ja, das sind alles Worte, die dein Gegenüber in eine Rechtfertigungsrolle bringen. Vielleicht hat der ein oder andere aus der Kindheit eine Situation noch im Kopf, wo er sich für Fehlverhalten rechtfertigen musste. Niemand möchte sich gerne rechtfertigen, weder privat und wenn es ein Verkaufsgespräch, dann schon zweimal nicht. Ja, also die Frage, warum wollen sie denn nicht kaufen, als plumpes Beispiel, bringt einem im schlimmsten Fall nur die Antwort, das geht sie gar nichts an. Und wo wir gerade bei Öl ins Feuer gießen sind, das Wort müssen, das ist auch so ein Thema, sie müssen das und das machen. Ganz ehrlich, niemand möchte gerne gesagt bekommen, was er zu tun oder zu lassen hat. Wir Menschen lieben nun mal Freiheit. Verwende ich in meiner Kommunikation das Wort müssen oder muss zum Aufruf einer bestimmten Handlung, dann laufe ich Gefahr, dass ich meinen Gesprächspartner verprelle und der mir dann irgendwann sagt, wissen Sie was, sterben muss ich sonst gar nichts. Alle Techniken und Methoden, die Worte des Widerstands, wie aber oder wieso, weshalb, warum, enthalten, die fallen also schon mal raus. Jetzt kannst du dir vielleicht sagen, weißt du was, Uwe, dann lerne ich halt einfach so ein paar Sätze auswendig, die funktionieren. Das funktioniert ja dann auch bei mir im Verkaufsgespräch. Ja, das kannst du machen, habe ich auch gemacht, aber, da möchte ich ja wieder was ersetzen, du verstehst dann die psychologischen Hintergründe nicht. Einwandbehandlung, das sollte dir ja leicht fallen, du solltest dir, ja, das muss irgendwann durch deine DNA laufen, solltest automatisch, souverän, ja, in jeder Situation antworten können, nur dann gelingt es dir, authentisch und sicher ein Gespräch in die richtige Richtung zu lenken. Außerdem lernst du dann deine ganz persönliche Technik in- und auswendig kennen und dann ist es egal, welcher Einwand kommt, du hast immer die passende Antwort darauf. Ja, du trainierst Spontanität und das gibt dir am Ende des Tages Sicherheit. Einwände sind dann für dich vor allem eins, eine Informationsquelle, ja, auf deren Basis du den weiteren Verlauf einer Unterhaltung positiv beeinflussen kannst. Da ich mich in den letzten 30 Jahren sehr intensiv mit dem Thema Einwandbehandlung auseinandergesetzt habe, möchte ich dir meine ganz persönliche Technik an die Hand geben, mit der ich mittlerweile alle Arten von Einwänden beantworte. Ich nenne sie die Aikido-Technik, abgeleitet von der modernen japanischen defensiven Kampfkunst, bei der man die Energie seines Gegenübers nutzt. Das bedeutet, du nutzt die Aussagen deines Gegenübers als Vorteil und schlägst eine darauf basierende Lösung vor. Das heißt, du entfernst dich nicht von deinem Kunden, indem ihr beide ja euch gegenübersteht, sondern so bildlich gesprochen, du nimmst deinen Kunden quasi in den Arm. Alles, was dir jemand sagt, kannst du dann für eure Unterhaltung positiv nutzen. Stell dir also bitte mal vor, jemand lehnt dein Angebot ab und du siehst es zukünftig als Vorteil. Das klingt erstmal komisch, aber mit der Aikido-Technik lernst du irgendwann den Vorteil zu sehen, obwohl dieser im ersten Moment gar nicht zu erkennen ist. Ich mache dir mal ein Beispiel. Du rufst jemand an und die Person sagt dir sofort, kein Interesse. Die meisten Verkäuferinnen und Verkäufer, die antworten hiermit, ja, aber sie wissen doch noch gar nicht, um was es geht. Dein Kunde, der legt entweder schon auf oder wenn er nett ist, bleibt er noch dran und sagt dir dann noch, dass er nichts an seiner Meinung ändern wird, dass er eben kein Interesse hat. Und wenn dir diese Situation bekannt vorkommt, dann versuch es mal mit der Aikido-Technik. Du rufst wieder jemand an, jemand Fremdes. Die Person sagt dir wieder direkt zu Beginn, lass mich in Ruhe, ich habe kein Interesse. Du antwortest jetzt aber, danke, dass Sie das gleich sagen, denn das ist der Grund, warum ich Sie heute anrufe. Ich mache Ihnen mal einen Vorschlag, ich sage Ihnen kurz, was ich von Ihnen möchte und wenn Ihnen das dann doch gefällt, dann freuen wir uns beide, okay? Sagst du diesen Satz in etwa so, wie ich ihn dir gerade beschrieben habe, dann bleibt mindestens die Hälfte der Menschen, die du angerufen hast, dran und hört sich zumindest mal an, was du möchtest. Warum ist das so? Ganz einfach, wir zerlegen mal den Satz in seine eigenen Bausteine. Also, ich habe angefangen mit, danke, dass Sie das gleich sagen. Das bedeutet Wertschätzung. Du gehst auf das Gesagte kurz ein und nimmst den Einwand an. Und wenn du dann weitermachst, denn das ist der Grund, warum ich Sie heute anrufe, das hat zum Zweck, dass ich den Kunden zum einen neugierig mache und zum anderen ist es genau das Gegenteil von dem, was der Kunde eigentlich erwartet hat. Denn die meisten anderen Verkäuferinnen und Verkäufer sagen an dieser Stelle ja was anderes, nämlich, aber sie wissen ja noch gar nicht, um was es geht. Das kannst du dir dann wiederum zunutze machen und dich von der Masse abheben, weil du dann anders bist. Und wenn du dich traust, kannst du auch sagen, danke für Ihre Offenheit, das mit dem Interesse, das kommt gleich. Wollen wir wetten? Auch das funktioniert gelegentlich, weil es erfrischend anders ist. Es ist ein bisschen frech, ja. Achte dann deswegen drauf, dass es zu dir und deinem Angebot passt, wenn du, weiß ich nicht, in einer Immobilienfirma arbeitest oder vielleicht beim Finanzamt, dann solltest du das vielleicht nicht so machen. Oder vielleicht gerade erst dann, weil die haben ja eh wenig zu lachen an der Stelle. Als nächstes kommt die Aussage, ich mache Ihnen folgenden Vorschlag. Damit reichst du dem Kunden deine Hand, gibst ihm das Gefühl, er hat die Entscheidungsmacht. Du machst einen Vorschlag, den er annehmen oder ablehnen kann. Da die meisten Menschen aber harmoniebedürftig sind, nehmen sie die Vorschläge besser an, als wenn man zu ihnen sagt, jetzt hören Sie nur erst mal zu. Ja, wenn man sie zu etwas zwingt, dann funktioniert es nicht. Und wieder hast du einen Teil mehr Menschen, die mit dir sprechen wollen. Und dein Ziel ist es ja, dass du so vielen Menschen wie nur möglich dein Angebot präsentierst. Und am Schluss des Satzes fragst du, ob dein Kunde mit deinem Vorschlag einverstanden ist. Da kannst du dann fragen, ist das okay für sie oder sind sie damit einverstanden? Sagt er hier ja, kannst du dich und dein Angebot vorstellen? Ich sage dir den Satz noch einmal komplett. Danke, dass Sie das gleich sagen, denn das ist der Grund, warum ich Sie heute anrufe. Ich mache Ihnen folgenden Vorschlag. Ich sage Ihnen ganz kurz, was ich von Ihnen möchte. Und wenn Ihnen das dann doch gefällt, dann freuen wir uns beide. Okay. Wichtig immer, dass du am Schluss okay oder einverstanden oder irgendetwas in der Art fragst, damit du weißt, ob der Kunde mit deinem Vorschlag einverstanden ist. Es ist elementar wichtig, lässt du das weg, dann hast du kein Agreement. Und dieser Satz, der funktioniert im Übrigen auch im Privaten. Wenn du jemanden ansprichst, weil du ihn oder sie kennenlernen möchtest und die Person lehnt ab, dann kannst du sagen, danke für deine Offenheit. Ich mache dir folgenden Vorschlag. Ich gebe dir erstmal einen Drink aus und wenn wir uns beide dann doch sympathisch sind, dann freuen wir uns beide. Okay. Eins vorweg, du wirst dann nach wie vor Menschen treffen, die dir einen Korb geben, die keine Lust auf ein Gespräch mit dir haben. Und auch wenn du einen Drink ausgibst, nein sagen. Aber du steigerst die Anzahl derer, die es dann doch tun. Ergo, mehr Ansprache, mehr Möglichkeiten und dadurch auch mehr Erfolg, weil du mehrmals die Möglichkeit hattest, jemandem dein Angebot vorzustellen und wenn es nur deine eigene Persönlichkeit ist. Die Aikido-Technik, die setzt sich aus folgenden Elementen zusammen und du kannst sie auf alle Einwände anwenden. Besteht aus vier Punkten. Einmal Punkt eins ist Wertschätzung und Respekt. Zweitens ist Boomerang, also indem ich sage, und genau deswegen rufe ich sie an oder und genau deswegen mache ich ihnen das Angebot und so weiter. Als drittes, du machst einen Vorschlag zu einer Lösung. Und als viertes, ganz wichtig hatte ich dir gerade gesagt, die Abschlussfrage vom Einwand. Also mach den Sack zu, frag, ob der Kunde mit deiner Lösung, mit deinem Vorschlag einverstanden ist. Hier nochmal ein paar weitere Beispiele aus dem Coaching-Bereich. Das lässt sich aber auf alle anderen Bereiche auch anwenden. Zum Beispiel, wenn mir jemand sagt, das ist mir zu teuer, dann sage ich ihm, danke für deine Offenheit, genau deswegen habe ich dich heute angerufen. Ich mache dir mal folgenden Vorschlag, wir schauen uns gemeinsam an, wobei dir mein Coaching hilft. Betrachten wir es also zunächst mal nicht als Kosten, sondern als eine Investition, die sich auszahlt. Und nutzt du dieses Wissen nicht aus diesem Coaching, dann kann es wirklich teuer werden. Weil, und dann nenne ich so ein, zwei Gründe, lass uns also über deinen Nutzen sprechen, okay. Oder wenn mir jemand sagt, ich habe ja noch Zeit oder ich will es mir überlegen, dann sage ich sowas in der Art, okay, kein Thema, das kann ich gut verstehen. Genau deswegen habe ich dich heute angerufen. Du hast ein tolles Angebot und ich denke, dass du mit deiner Dienstleistung vielen Menschen helfen kannst. Ich mache dir folgenden Vorschlag, lass uns einmal besprechen, wo du in zwei bis drei Monaten durch unser Coaching stehst. Und wenn du dann auf unser Gespräch zurückblickst, dann wirst du feststellen, dass es gut war, doch sofort zu starten. Denn deine Kunden, die brauchen dich ja jetzt und nicht erst in ein paar Monaten, okay. So, ich denke, du hast die Formel einigermaßen verstanden. Solltest du dazu Fragen haben, dann vereinbare gern ein kostenloses Telefonat mit mir. Bring mir dann einfach deine Einwände mit und wir besprechen, was ich da drauf antworten würde. Nochmal der Hinweis, es geht nicht darum, dass du 100% aller Einwände so perfekt beantwortest, dass alle Kunden bei dir kaufen oder du immer Recht bekommst. Das wäre utopisch, das schaffe ich nicht, das schafft niemand anders, das ist auch völlig okay. Aber es geht darum, dass du deine Kommunikation auf lösungsorientiert umstellst, an deine Kunden oder an deine Gesprächspartner anpasst und die Einwände der Menschen, die mit dir sprechen, mit Respekt behandelst. Falls sich mal ein Gespräch im Kreis dreht, das hast du auch manchmal, dann stell irgendwann eine Entscheidungsfrage. Meine lautet, die habe ich mir bei Paul Panzer abgeschrieben, okay, dann habe ich noch eine Frage an dich, wie wollen wir denn jetzt verbleiben? Warte dann aber die Antwort unbedingt ab, auch wenn es einen kurzen Moment dauert. Dein Kunde soll ja entscheiden, wie es weitergeht oder dein Gesprächspartner soll entscheiden, wie es weitergeht. Und falls du Fragen hast, nochmal das Angebot, dann vereinbare gerne ein kostenloses Gespräch mit mir. In diesem Sinne, ich wünsche dir viel Erfolg und wie wir im Kommunikationsbereich immer sagen, allzeit gute Unterhaltung. Dein Uwe. Das war Secrets of Safe, der Podcast von Uwe Bote. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, dann folge und bewerte uns sehr gerne. Vielen Dank. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017